Ich fühle mich wieder ausgeglichen, nachdem ich mit dir gearbeitet habe. Dank der Rituale, Praktiken und Übungen, die du mit mir geteilt hast, habe ich unglaublich viel Kraft gewonnen. Ich kann fühlen, wie sehr ich meine Familie und meine Ahnenlinie durch diese Arbeit geheilt habe. Ich bin so dankbar. Danke, dass du mir hilfst, mich mit meiner Kraft zu vereinen.